Ich war noch ein Kind. Als sie mir meine Heimat und meine Familie nahmen. Mama! Wenn dir alles genommen wird, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du verlierst dich oder du lernst zu kämpfen. Ihr seid also Nora, die Weiße Rose, von Königen gehasst und vom Volke geliebt. Ich darf ihn nicht lieben. Er ist der Feind. Es sind Diebe. Gesetzlose wie ich. Es ist. Als ob du selbst nicht wusstest, was du willst und wer du bist. Das Einzige, was mich erhellt, ist die Rache, nach der es mich dürstet. Ich bin so. 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 Vielen Dank.